Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Video. Heute eine kleine Runde des Survival Games auf dem LBSG Server und es geht schon gleich los. Heute auf der Map Wüste glaube ich, whatever. Und ja, dann holen wir uns schon mal direkt die erste Kiste. Hoffentlich sein Schwert drin. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Eisenschwert sogar. Essen, so. Jetzt abhauen und dann soll ich in die Mitte bleiben. Ich bleibe in die Mitte. Ich habe noch ein bisschen schwache Rüstung. Das will ich ändern. So. Oh, fail. Jetzt nicht mehr. Okay, der hat sie weggepackt. Den kill ich auch noch kurz. Das ist mein Kill. Den kill ich auch noch, weil du wolltest mein Kill stehlen. Das akzeptiere ich nicht. So. Der geht ins Wasser. Ah, fail. So. Der ist auch weg. Wo ist mein Eisenschwert? Hä? Wo ist mein Eisenschwert? Ich wills wieder. Alter, wo ist das? Mann. Kommst du zu mir? Ja, du kommst zu mir. Bravo. Komm, komm, komm. Wie dumm. Wie kann... Das kann ich nicht in Worte fassen. Wie kann ein Hacker so dumm sein? Es geht... Ich sag schon... Ich sag dem Hacker schon es. Wie kann der Hacker einfach dort in die Dinge gehen? Ja, im Wasser bringt jetzt so viel dieses Feuerzeug. Ja, irgendwann musst du schon Luft holen. Haha, tot. Danke für dein Fahrzeug. Ich hab zu viele Items, Alter. Ah, was für ein Zufall. Hoffentlich bekomme ich den Hacker noch, weil wenn er mir zu einem Problem wird, ist das nicht so gut. Hab ich da noch eine Dingenshose? Ich hab gar keine Hose, oder? Ich hab eine Lederhose, aber die bringt so gut wie nichts. Okay, Fahrzeug geht. Ist dann also nicht im Wasser irgendwie nutzlos geworden. Ja, komisch wenn. Der dort hinten hat eine Eisnose für mich. Der hat etwas für mich. So, Fahrzeug erstmal verstecken. So, tun als ob ich Noob bin oder so. Ich bin Noob, ich bin Noob. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich bin Noob, ich bin Noob. Ich bin Noob. Ich Noob. Komm, Ich Noob. Komm, Noob. Komm, Ich Noob dich weg. Ich Noob dich weg. Aua. Ich Noob dich weg. Tschüss. Brenne. Oh, Mann. So. Nein, nein, nein. Danke. Mann, Scheiße. Ich hab einfach zu viele Items. Noch drei Überlebende. Okay. Ich hab einfach viel zu viele Items. Der hat eine Schere gemacht. Oh mein Schwert. Ich hab jetzt keinen Bock dort immer rumzusuchen. Hat er eine Kuchen? Ja, hat er eine. So, jetzt in die Mitte. Ähm. Keine Spieler in der Nähe, wie es aussieht. Ne, wir sind safe. Sehr gut. Dann stell ich mal die ganzen Sachen in die Dingenskiste. Mach mir direkt ein neues Eisenschwert. Es fehlt mir nur noch ein Stick. So. Ähm. Stick. Mein Gott, bin ich dumm. So. Stick. Komm. Danke. Okay. Nur noch zwei Überlebende. Schade. Ich wollte die eigentlich. Aber egal. Ist nicht so richtig. Das Eisen hat sich wieder weggepackt. Oh mein Gott, das nervt. Hab ich schon mal gesagt. Ich glaube, ja. Mist geklickt. Hat mir auch nur noch so gefehlt. Wo ist das sein? Jetzt. Ist es da? Ja, ist es. Ähm. Ja. Spieler sind keine in der Nähe. Immer noch. Oder der Spieler ist ja nur noch einer übrig. Hose, Hose, Hose. So. Die ganze Runde ohne Hose rumgelaufen. Das geht ja gar nicht. Das geht gar nicht. Man ist langweilig. Wann ist es? Ja, drei Minuten, Alter. Ich weiß, es ist ein bisschen arrogant, aber egal. Na komm, ich schreib es nicht. Ich wollte schreiben, I'm winning oder so. Ne, danke. Ist schon ein bisschen zu arrogant. Ich dachte schon, ich habe dort hinten ein Goldheim gesehen. Dort hinten, wo das Ding gerade rumfliegt. Mann, Mann, Mann. Ich habe jetzt auch keinen Bock zu suchen. Hm. Ich schaue noch kurz in das Häuschen dort. Vielleicht ist dort noch ein Dia oder was nützliches. Und zwar ein Stick brauche ich auch noch für ein Dia Schwert. Ähm. Eisen Stick. Alter. Das. Müsst euch mal die Sounds von der Kiste anhören. Alter. So. So, als ob man die Kisten-Sounds einfach so doppelt dünn wie Asynchron drangehängt hätte oder so. Noch eine Minute. Komm, die schaffe ich auch noch wegzulabern. Ähm. Ne, schaffe ich nicht. Die Hose hat sich weggepackt. Scheiße. Ich wusste es. Ich wusste, dass ich noch irgendetwas wegpacken muss. Schaffe ich es noch in den letzten Minuten. Komm, 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 komm. Schnell, schnell, schnell. Hab ich Splint-Mod? Ne, hab ich nicht. Wäre auch zu schön. Hab ja auch noch nie gemoddet. Egal. Ein Versuchs was wert. Hä? Seit wann gibt es da Melonen? Das ist für mich auch schon ein neues Ei. Hä? Oder Pfeile so verteilt. Komisch. Oder so. Oder... Hä? Komische Sache. Es so. Egal. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich um eine positive Bewertung sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss. Los geht's.